Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 2Brader, wir gehen ins Grabe hinein. Was ich ja schon lange gesucht habe, habe ich gefunden. Denn hier war ja etwas, was ich noch nicht machen konnte, und zwar das hier. Und das war's, glaube ich auch. Aber doch nicht so die große Entdeckung. Hm, ich bin jetzt auch ein klein wenig enttäuscht. Schade. Na ja, einem auch. Einmal ab. Könnte man irgendwie mal die Karte öffnen, ja. Da ist ein Dokument, Fragezeichen, da ist eine Reliquie. Und da ist eine Geo-Couch, und da ist ein Dokument neben dem Geo-Couch. Dann nehme ich das mal. Dort oben hin, ja. Eigentlich könnte ich jetzt, weil ich so viele Sachen gesammelt habe. Moment mal, werde ich dann auch einfach mal, wie sollte es auch sein, die Schrotz sind so auf. Na ja, gut. Gut, die anderen zwei kriege ich jetzt nicht. Eine Fähigkeiten-Punkt hätte ich jetzt auch noch, aber egal. Ja, ich finde das witzig, wie die sich rollt. Hat schon was. So, da oben muss ich hin. Ich versuche hier alles mitzunehmen. Eigentlich versuche ich auch alles zu entdecken, ohne Karte zu benutzen, aber... Na ja. Irgendwie... Ah, da. Und dann soll noch... Hüpp. Ah. Okay, dann haben wir hier noch was entdeckt. Was müssen wir mitnehmen können. Und... Ansonsten gucke ich mal, ob ich nicht irgendwo noch... Zack. Nicht noch ein Grab vergessen habe. Aber vorher... Gebe ich noch einen Fähigkeitspunkt aus. Vielleicht... Pistolen-Experte, Gewehr-Experte, Schrot-Finden-Experte... Und Bogen-Experte. Was ist mit dafür eigentlich was tun? Rang 3 Spezialist. Naja, kann ich aber nicht irgendwie... Naja. Dann, was ist das? Axt-Experte. Ausweich-Konter meistern. Hm. Keine Ahnung. Was machen wir denn beim Überleben? Überlebens-Kontern. Sammeln Sie Tiergärm beim... Lebensmittel. Verbessern von... Bären von Drohnen. Ah. Und Knochensammler. Ah, nehme ich doch das. Glatt mal. Ah. Orientierung hätte ich noch. Ah, das mache ich noch. Die zwei auf jeden Fall. Tja. So. Schnellreise. Jetzt sind wir am Wald. Das... Da war noch ein Geheimdokument. Na ja... Ich kriege ja... Aber eigentlich suche ich ja noch ein Grab, ne? Ein Grab wäre schon cool. Da geht's zu unserer Mission weiter. Gehen wir mal dorthin und dann... Mal schauen. Zack, da sind wir. Dort müssen wir hin. Einfach mal die Aussicht... Zum Anschauen. Wir mussten jetzt eigentlich da hoch. Und dann geht's auch weiter. Hüpp. Na, dann geht's halt da weiter. Da weiter runter. Alter, was hat hier ein Schwein zu suchen? Finde ich geil. Das nehme ich mit. Auf jeden Fall. War jetzt auch einfach nur... Äh... Falls grad da war. So. Was ist da? Ach ja, da geht's ja nur da so lang. Ja, ja. Ich erinnere mich. Hab ja schon jetzt ein paar Tage nicht mehr aufgenommen, sondern nur Folgen hochgeladen. Ich nehme mir mal... Ein Bündel auf und lade dann hoch eben. Nach und nach. Und ja. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Let's Play Tomb Raider.